hallo und herzlich willkommen zurück bei der modi beim erneuer für eine neue folge starcraft 2 mit dem rob und dem modi bär auf der überwurraten anlage gegen protost gegen den zack und den tuner du hast du hast du hast du klar hast du das schön ist eine exe doppel geld pushen den fotos weg vorher da muss ich aber dicht machen scheiße mussten also dem ok jeden fall ohne rüber weil die bringen ja nichts wir sind ein produs Alles Standard. Ich weiß nicht wie weiter als ich. Komm so langsam um seinen Peilen bangen. Oh ja. Den kriegen wir weg vielleicht vorher. Jetzt kriegt er schon Schaden. Ist gut. Jetzt kommen 3 Sonden. Ich bin down. 3 Sonden sind auch gut. Hat es auch gekostet. Na ich nehme halt das Gas weg. Ich glaube bleibt auch gegen Gas wie es aussieht. Komm wir. Der Feuer hat gegriffen. Kann sein dass der Zerg gleich kommt. Die sind wir ja nicht. Ich brauche jetzt Adapten. Er hat jetzt Gas genommen. Er kommt jetzt erst. Er kann das gleich durch. Er kann das gleich durch. Er kann das gleich durch. Naja Karmina. Niemand kann uns aufhalten. Das ist ein Bersi. Die Erstgeborenen werden aufsiegen. Oh das warste schon. Wo die Schildbatterie kommt. Ja hier den Pylonen. Er ist geboren. Ja ich geh doch aus wo. Ich bin der Wille des Hirati. Unser Denken bleibt sich. Mach der Zerg? Keine Ahnung. Wollten da vielleicht mal rein scouten. Die Templer rücken vor. Für den Ruhm. Wo werden wir gebracht? Geht doch Mutas. Das wäre schlecht. Ihr habt nicht genug Mineralien. Nur die Gläubigen. Komm jetzt Slow Linger. Jetzt kommt Speed Linger. So soll es geschehen. Unser Denken bleibt. Chor Salad. Die Templer rücken vor. Die Erstgeborenen. Hätte das mal Spine Crawler gebaut. Und flog ab der Türmchen. Um sich zu schützen. Das ist gut. Ich habe eine Queen genommen. Der Torst hatte keine Ego mehr. Nur den Zwerg jetzt überleben. Das müssen wir auf einem Wespin Geysir platzieren. Hast du noch Boomlinge? Ach du gehst nochmal auf dem Torst oder was? Nee. Nee. Ich habe jetzt nur. Letztlinge gewastet. Fuck. Geht doch Mutas. Du ja. Ist gut. Ja. Du hast Luft ab der Türmchen hat er gern. Hat er gehabt? Ja, ja. Ein Spine Crawler und ein Luft ab der Türmchen pro Base. Schade. Aber er ist noch nicht unterwegs gewesen. Du weißt nicht. Nee. Ich weiß nicht ob der Torst einen Exer hat. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Kommt doch noch keine. Ich geh mal mit dem Torst noch ein bisschen Ego killen. Mach das. Ich geh noch. Ovis killen. Ich verstehe. Komm Linge. So, das nehmen wir mal jetzt schon. Aus. Gehen wir doch zurück die Linge. Oh. Nächster hat er. Unserer. Unsere Schicksale sind vereint. Die Sterne stehen auf. Die Sterne stehen auf. Was ist irgendwie so lustig. Apoliere Strenge. Der Weg ist klar. Na, jetzt hab ich mein... Dings verloren. Also der Toss hat wieder ordentlich Schaden gekriegt. Sehr gut. Aber er hat fast wieder sein Ego komplett Feuer. Also wir könnten da nochmal ein Go machen. Das ist eigentlich hier mein... Ubi-Killer. Muss noch Gas ausgehen. Na, kriegst Gas hier nicht mehr ausgegeben oder was ist hier los? Was baut denn da? Soll ich den Dingsbums baut da hier? Wie ist das Ding? Soll ich den Gruber? Soll ich den Gruber hochdecken. Für die Ehre. Exe hat er jetzt erst genommen. Ach so dritt ist das. Ich brauche jetzt auch eine Exe an. Ich bin hier. Ich bin Schaden. Ich bin hier. Aber halt nur Mutas und Polinger, ne? Oh ja. Reicht doch. Mein Leben für Ajoa. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Warte mal. Das brauche ich noch. Warpresen habe ich noch nicht. Shitty. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Mineralien fällt erschöpft. Warte kurz auf meinem Warpresen. Oh, da ruhig. Oh ne Echse. Ich hab noch was zum Lüften mit. Faceliften. Schön mit dem Gegner. So. Warpresen ist da. Na das macht mir nur so. Ich sehne mich nach dem Kamm. Bei mir kommen Phoenix Assists. Ich hab nichts gegen Luft. Ich hab mehr. Kommt die Länge von unten. Und die komplett warm machen. Das ist gut für uns. Mein Leben für Ajoa. Go. Ich geh immer zurück. Ich geh jetzt. Blumen lang. Wie es aussieht. Hier sind sie. Mineralien fällt erschöpft. Kommt ja. Ich denke voll. Ich geh nicht mehr hin. Mach mal wirklich hin. Ist doch mal geh. Ich nehm nicht mehr zurück zu gehen. Nein. Ich nehm nicht mehr bei mir. Ich hab mich weiter. Ich hab dich wieder anspicious. Ich hab dich an. Dann sehen wir. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Laufst degree. Ihr habt nicht gelübend Mineralien. Geh mal rein. Ihr habt nicht gelübend Mineralien. Ich bin hier. Ich bin hier. Klinge von hier hin. Ah, die sind deine. Corruptor kommen jetzt. Corruptor. So, dann los drauf und zack. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ihr müsst. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Brauche bringen halt nichts gegen Boden. Kommt. Das Ding muss weg. Die haben wir weggebashed. Das war ein schönes spiel. 4.115. Hier kommen die Meister näher. Die waren die aber nicht. Die waren nur DIA. Der Hasel war echt APM 86 schon. Ja der war echt ziemlich. Der war aber schon zweimal Meister im Team. Echt? Das scheint nicht schwer. Das ist auch DIA 1 Spieler. Den habe ich gerade nicht so gemerkt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war unsere Push zu hart. Der hat einen Push und Eco-Push. Guck mal was. Der hat ja gar nichts zum Schluss der Armee. Das war ja ein Witz. Das Ressourcenrad geht immer da runter. Guck mal unsere Sachen an. Wo wir gepusht haben am Anfang sind wir so weit vorne. Ja. Da würde ich sagen. Schönes Spiel. Genau. Und sehen uns in der Endcard. Bis dahin. Schüttel. Ciao. Hallöchen und hier willkommen im Abschwein mit euren Rob. Wir hoffen wie immer es hat euch gefallen und würden uns heute noch morgen wieder einschaltet werden. Nichts verpassen. Wir können natürlich wie immer gerne unten links kostenlos abonnieren. Dann findet ihr oben rechts unser Startup-Projekt. Unten rechts ein anderes Projekt. Oder auch umgedreht. Mal gucken wie das immer YouTube sich da so einrichtet. Wir hoffen wie immer es hat euch gefallen und würden uns heute noch morgen wieder einschaltet werden. Also dann bis morgen. Tschüss. Bis mehr. Ciao. Tschüss. Vielleicht